Ja, Schnuffi. Namensschild. Wir müssen auch mal gucken, dass wir einen zweiten Hund noch bekommen. Nein! Wie kann ich dem jetzt... Geht das bei Hunden nicht? Tut mir leid. Ich wollte dich nicht. Schade. Ich habe gedacht, ich könnte einem Hund ein Namensschild geben. Schade. So, dann sammeln wir die ganze weiße Wolle weggetan. Egal. Das kommt jetzt hier... Obwohl, nee. Oh, wir haben alle wiederbekommen. Das ist schön. Ab hier müssen wir machen. Nee, das muss auch raus. Hallo, schöne Welt. Und wieder einmal wirst du verändert. So. Das heißt... Das hier kommt weg. Das kommt weg. Das müssen wir nur gucken und... Ach, das mache ich dann. Und wie viel wir das Ganze hier verbreitern. Das kommt hier... Was weg muss. Ist das hier. Bis hierhin. Das heißt, das hier muss... Nee. Das muss ich sterben lassen. Ist das ein halber gewesen? Ja. Machen wir die halben hier. Das muss ich mal gucken, wie ich das dann mache. Ich baue jetzt hier erst mal an. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um 6 reicht mir das. Ja. Das haben wir jetzt hier. 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist eigentlich zu wenig. Das heißt, ich muss doch noch in die Länge bauen. Weil hier muss ja noch ein Kamin rein. Und hier muss noch ein Wohnzimmer rein. Wenn ich da bis hier hin mache. Bis hier hin. Und dann. Ja, das muss reichen. So, wir brauchen dann auch wieder Glas. Ja, Schnuffi. Alles gut? Das gefällt mir jetzt damit nicht so. Alter, haben wir ja ein Fenster. Ist das ätzend. Da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Aber erst mal müssen wir das so machen. Dann hole ich jetzt mal Fenster. Das müsste reichen. Obwohl, warte mal. Wir könnten im Wohnzimmer anstatt weiße Wolle können wir können wir Ach, davon haben wir nicht genug. Nehmen wir mal die Dunkelgraue. So, und wo haben wir Glas? Haben wir überhaupt noch Glas? Achso, da kann ich ja Namensschild wieder reinpacken. Ja, Glas haben wir noch ein bisschen. Müsste ich eigentlich auch mal wieder etwas im Öfchen reinschieben. Das sind dann 8 16 24 20 Nee, das schlägen wir erst mal ab. So. Da-dam-da-dam-dam-dam-dam-dam. Ah, hier muss doch noch weiße hin. Und ab hier ist dann graue Wolle. Die leider auch gar nicht ausreicht. Haben wir graue Schafe? Weil ich möchte eigentlich ungerne an die weiße Wolle ran. Ja, haben wir. Ähm. Denn wir brauchen die wirklich für unheimlich viele Sachen. Und ein Schokoschaf hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Und ein Schwarz ist eigentlich auch. Aber wir können ja hinterher, wenn wir Gemüge und Schafe haben, ähm, ein paar Schafe färben. So, warte mal hier. Hell und dunkel. Der hat wieder ein weißes Schaf gegessen. Ja, esst mal fleißig. Na hopp. Da hat wieder ein Schaf gegessen. Da hinten auch. Wolltest du gerade essen? Kannst du gerne machen. Jetzt kriege ich hier ein Eifordefinte für Geschwissen. Ach ja, unsere schöne Ruhe, Oase. Da muss ich auch noch was anbringen. Das machen wir aber nicht jetzt. Naja, ein bisschen Wolle haben wir ja wieder. Sieben Stück. Da muss ich mal gucken. Was ist, wenn ich hier... Warte mal, was haben wir denn hier? Hier kommt noch Weiße hin. Das mache ich mal eben schnell. Das ist ein bisschen irritierend. Nein. Ja, das reicht. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Warum habe ich sieben? Ich müsste acht haben. Also noch einen in die Breite. Das geht ja gar nicht. So, habe ich dann bitte acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht wären das. Alles klar. So, acht, wenn ich hier das so mache. Das muss weg. Die eine, die haben wir noch unten. Ja, kann man doch so anbieten. Dann holen wir noch die eine hellgraue Wolle. Ein Stück. Hier ist die dunkelgraue. Hier ist die weiße. Jetzt muss ich noch mal überlegen. So, das können wir ja hier schon mal ein bisschen hochziehen. Dass das hier schon mal abschließt. Ach. So, das ist jetzt hier schon mal abschließend. Kann ich da? Könnte ich rein theoretisch, ja. Ach, das ist eine Treppe, ne? Genau, wir hatten ja erst so eine Treppe hingemacht und dann nochmal einen halben dran. Okay, das heißt, das hier muss raus. Gehen wir mal eben nach oben. Ja, dass ich weiß, das sieht jetzt noch alles total wüst aus. Und ich glaube, das hier muss ich dann abmachen. Aber das machen wir gleich. Ich muss jetzt erst mal gucken, dass ich hier unten irgendwie klarkomme. So, dann brauche ich einen schönen Platz für einen Kamin. Wir kommen jetzt hier rein. Dann würde ich sagen, macht er sich bestimmt hier richtig gut. Gut. Das war's.